Also hier sieht man den wunderschönen Blick dahinter zu den Bergen und auch auf der Seite ist natürlich ganz wunderschön und mit den anderen Bergen, wo man hier sehen kann. Das Haus muss natürlich renoviert werden, aber das ist zumindest meine Ausgangsposition. Hier ist auch ein Schwimmbad, wo repariert werden kann, wo es einfach nur gefließt werden muss im Endeffekt. Und da ist so ein kleines Häuschen. So ein kleines ist es zwar auch nicht, eigentlich muss man einfach nur renovieren im Großen und Ganzen. Hier mehrere Zimmer, auch schönen Mangobaum noch draußen und hier haben wir natürlich eine ganz tolle Bergkette von Ackerei. Also wunderschön schaut das hier aus. Sehr viel ruhig, sehr sehr ruhig und hat natürlich hier innen drin noch dieses kleine Häuschen, Paraguay-Häuschen, muss halt renoviert werden. Hier sind wir noch ein kleines Häuschen, was Sie hatte in den ersten Häuschen? Da ist es ein kleines Häuschen. Da ist also ein kleines Häuschen. Es sollte ganz täglich langen Häuschen nach oben sein. Da wir haben hier eine kleine Häuschen. Jetzt hast du einfach mal einen Häuschen. Wir werden alles renovieren. Es ist großartig. Hier ist eine Piste, wo es die Sachen guardiert. Hier ist eine Piste und ein Büro. Ja, wir haben eine Idee. Der Büro ist richtig. Wir sind jetzt hier. Wir sind 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 hier.